Herr Wirt, Sie wünschen? Ja, ich hätte gern, haben Sie das Kjörg X. Halmi? Ja, freilich, steht auf der Karte. Ja, einmal bitte und ein Bier bitte. Ein großes? Ja. Was haben wir? Goldfäß-Laventinos? Bitte sehr, Ihre Istwaren vor Garage. Ist das? Ist da kein Klabradismus dabei? Bring ich sofort, einen Moment. Haben Sie keinen Filmschnitt? Wie meinen? Etwas zum Zerkleinern des Films. Sie haben doch ein Messer. Soll ich Ihnen eine Schere bringen? Ja, bitte. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Untertitelung des ZDF, 2020